Jo Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Wir waren beim EM-Spiel von der U19-Mannschaft und zwar hat Österreich gegen Italien gespielt und meine Kamera ist da ganz schön rumgegangen und das habe ich alles mal zusammengeschnitten und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Einkaufen. Wir drehen jetzt heute ein F-A-A-A-Q-I-Video. Erste Frage kommt von Felix. Ich glaube, das ist auch. Fischkamera, warte. Guck mal deine Nase an. Ich begrüße Dennis Böttcher und Jan Erde. Ausverkauftes Stadion, Alter. Wir sehen uns, wie das Spiel anfängt. Wir sehen uns. Pia, das Vlog, was sagst du dazu? Wir sehen uns, wie ich bin oder so. Bruh. Was ist das? Tobi, du Q-Di. Jolo. Jawohl, Junge. Wir sind hier gerade im Stadion. Wir sehen uns, wie es geht so. Das ist auch dabei, Nico. Wartest du auch am Start? André auch. André auch. André auch. André auch. André auch. André auch. Oh, woraus ist das? Von Vier. Von Vier. Von Vier. Von Vier. Zeig mal, zeig mal. Zeig mal, schau mal. Zeig mal, schau mal. Zeig mal, schau mal. Zeig mal, schau mal schau mal. Das ist immer noch im Stadion. Eine Minute ist vergangen, wo ich das letzte Mal geredet habe, dass wir im Stadion sind. Jetzt machen wir noch einmal Gruppenselfie. Was sagst du, wie wird das Spiel aufgehen? Deutschland gewinnt, wir sagen 2-1 für Italien. Also ich sag, die Türkei wird 3-0 gewinnen. Was denkst du zu spielen? Die Türkei wird gewinnen. Davide, dein Tipp zum Spiel. Italien wird 3-1 gewinnen. Also ich hab gesagt, die Türkei wird 3-0 gewinnen. Ich hab bis jetzt recht. Also, wie ihr seht, ich spiele scheiße. Die schrien noch nicht, aber... Ja, moin Leute, hier ist Zerker wieder. Trocken und stark. Ich wünsche euch heute ein gutes Spiel. So, wir sind hier jetzt. Spielen beginnt 20 Minuten. Italien! Hier sehen wir gerade Österreich, die werden sich hier auch finden. Italien. André, mein deutsches Vater. Das ist voll. Das ist voll. Ja. Zerker, der hart drauf fällt. Zerker, hart drauf fällt. Zerker, hart drauf fällt. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass das Spiel nach 90 Minuten 3-2 für Italien steht. Mir ist eigentlich scheißegal, wer gewinnt. So. Die Sack ist klar. So, jetzt räumen wir hier auf. Viel Platzwart und so. Billige Arbeiter. Billige Arbeiter. Billige Arbeiter. Das ist super. War in Italien. War in Italien schon schon hochkommen. Zerker! Das ist sehr komisch! Die Sack ist sehr komisch. Der hat dabei in Italien. Ja, ein Freund von der Russen geheilt. Freund von der Russen! Äh, Italien muss man auch stehen. Nein, Italien steht auch. Das ist Italien, Alter. Das ist wie sexy. Es ist ab, es ist ab, es ist ab. Es ist ab, es ist ab. Ja, ich bin mit! Keine Ahnung. Sieht der Wett? Oh, ich sah wieder! Ah, ich bin mit! Boah, es geht ab hier mit Felix und Karl. Boah! Grandes Halbzeit, Österreich, Italien. Was sagt ihr bis jetzt zum Spiel? Ja, Italien ist gut. Geiles Freistoßdruck von Italien. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So Leute, was geht? So, heute ist Österreich, halt die Wechsel. Nummer 11 kommt rein, Nummer 7 geht raus. Kennen die alle nicht. So, Zeit hat sie dann angefangen, Karl. So, Zeit hat sie dann angefangen, Karl. Was sagst du dazu? Zeit hat sie angefangen. Es ist voll anders so, gell? Karl, es geht. Letzte Mal. Heute ist Lukas auch dabei. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was eine Schong! Rage Crew ist ultra! Moin! Moin Dustin! Moin, wie geht's dir heute? Dennis! Also, die Stimmung im Stadion war echt richtig nice. Wir sind dann danach einfach ganz normal nach Hause gegangen. Und das Spiel hat jetzt nur 1 zu 1 geendet. Es war trotzdem nice anzuschauen. Und alle Personen, die ihr in dem Video gesehen habt, sind natürlich unten in der Infobox verlinkt. Lass uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ciao, bis zum nächsten Video.